Teil 9, Kapitel 8, in der Bibliothek Nervös trommelte Hermine mit ihren Fingern auf dem Tisch und starrte auf das Buch, welches vor ihr lag. Melfel hatte es ihr gegeben, damit sie sich beruhigen konnte, aber die Zeilen verschwammen vor ihren Augen. In dem Körper von Blaze Sabini konnte sie sich einfach nicht so gut konzentrieren wie in ihrem eigenen. »Wie lange brauchen sie denn noch?« brummte sie, als sie einen Blick zur Uhr warf. Es war schon gut eine halbe Stunde vergangen, in der sie auf Sabini und Ginny warteten. Und mit jeder Minute, die verstrich, wurde Hermine noch nervöser. In ihrem Kopf malte sie sich schon die verschiedenen Katastrophen aus, wenn Harry und Ron ihren Körper treffen würden. Sehr wahrscheinlich würden sie nicht lange brauchen, um zu verstehen, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Immerhin waren es ihre besten Freunde. Hermine seufzte und musste unweigerlich an Ron denken. Sie hatten sich während der großen Schlacht geküsst. In dem Moment kam es Hermine wirklich richtig vor. Allerdings hatte sie auch geglaubt, dass sie vielleicht sterben könnte. Nach der gewonnenen Schlacht hatten sie und Ron es versucht. Aber Hermine hatte schnell festgestellt, dass er doch nur ein sehr guter Freund war. Dass sie ihre Gefühle falsch gedeutet hatte. Er war einige Zeit wirklich nachtragend gewesen. Doch war es mittlerweile fast wie früher. Und das wollte sich Hermine nicht durch diesen dummen Unfall kaputt machen. Jetzt beruhig dich doch mal, meinte Malfoy und riss Hermine aus ihren Gedanken. Sie schaute sofort zu ihm, der sie tadelnd anblickte. Wäre nicht genau in dem Moment ihr Körper durch die Tür der Bibliotheke gekommen, hätte sie wahrscheinlich wieder einen Streit mit ihm angefangen. So konnte sie allerdings Sabini mit bösen Blicken durchbohren, der eine verwirrte Ginny in ihre Richtung lenkte. Zu ihrem Glück war die Bibliothek am Wochenende nicht gut besucht. Und niemand konnte diese merkwürdige Zusammenkunft von Gryffindors und Slytherins beobachten. Es ist also wirklich Malfoy? Konnte Hermine Ginny flüstern hören. Sofort fragte sie sich, was Sabini ihr erzählt hatte, damit sie hierher kommen würde. Normalerweise betrat ihre Freundin die Bibliothek am Wochenende auch nur äußerst ungern. Komm, lass uns zu ihnen gehen und bitte versprich mir, dass du uns bis zum Ende zuhörst. Vernahm Hermine ihre eigene Stimme. Sie beobachtete Ginny dabei, wie sie einen skeptischen Blick zu ihnen warf und an ihr hängen blieb. Sofort versuchte Hermine, die Gesichtszüge von Sabini zu neutralisieren. Ginny wollte sie nun wirklich nicht mit ihren Blicken töten. Meinst du, das ist eine gute Idee? Sabini sieht ziemlich sauer aus, flüsterte Ginny wieder. Ihr braucht nicht zu flüstern. Wir verstehen euch hier hinten trotzdem, rief Malfoy den beiden zu. Und Hermine konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Also, du und Hermine? Ich hätte nicht gedacht, dass du so schlau bist, um zu erkennen, wie toll sie ist. Sagt der Ginny zu Malfoy, während sie die kurze Entfernung zu ihnen überbrückte. Irritiert blinzelte Hermine sie an. Was zum Teufel hatte Sabini ihr erzählt? Äh, was? Brachte Malfoy, ganz untypisch für ihn heraus. Ach komm, jetzt brauchst du es auch nicht mehr abzustreiten. Hermine, bist du da angewachsen? Ginny drehte sich wieder um und winkte Sabini in ihrem Körper zu ihm. Hermine nutzte dies, um einen Blick zu Malfoy zu werfen. Er sah wenigstens genauso perplex aus, wie sie sich fühlte. Sie sollten Ginny jetzt endgültig die Wahrheit sagen und diesen Schmarrn beenden. Ginny, wir müssen dir etwas sagen, begann sie und konnte schnell den Blick ihrer Freundin einfangen. Sie schaute sie verwirrt an, dachte sie doch, sie wäre Blaze Sabini. Du bist also der Freund von Hermine, nicht Malfoy? Sie meinte ja nur, dass sie mir ihren neuen Freund in der Bibliothek vorstellen will. Murmelte Ginny nachdenklich und Hermine warf ihrem Körper sofort einen bösen Blick zu. Sabini schaute ertappt zu Boden. Nein, vergiss den ganzen Quatsch. Wir müssen dir etwas wirklich Wichtiges sagen und ich weiß, es klingt ziemlich komisch. Also ich bin Hermine. Blaze, Sabini und ich haben unsere Körper getauscht. Hermine hatte es einfach schnell hinter sich bringen wollen und schaute Ginny nun erwartungsvoll an. Diese schien immer noch nicht zu wissen, was eigentlich abging. Dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich mich seit der letzten Zaubertrankstunde anders verhalten habe. Das liegt daran, dass wir dank Slughorn und einem Unfall unsere Körper getauscht haben. Ginny, niemand darf etwas davon wissen. Aber Professor McGonagall hat zugestimmt, dass wir dich einweihen dürfen. Damit du Sabini hilfst, dass er mich nicht total in den Dreck zieht. Hey, ich hab mir wirklich große Mühe gegeben, beschwerte sich Sabini sofort und Hermine verdrehte ihre Augen. Dann schaute sie wieder zu Ginny, die zwischen Sabini und ihr hin und her schaute. Das, das kann ich irgendwie nicht ganz glauben, murmelte sie perplex. Stell mir irgendeine Frage, die nur Hermine beantworten könnte, meinte sie sofort und fand es mehr als merkwürdig, von sich selbst in der dritten Person zu reden. Ginny schaute sie einen Moment nachdenklich an. Wann haben du und Ron euch das erste Mal geküsst? Fragte sie dann. Während der Schlacht in der Kammer des Schreckens? Antwortete sie sofort. Das wussten wirklich nur sehr wenige und ganz bestimmt kein Slytherin, weswegen ihr Ginny zu glauben schien. Während Hermine erleichtert lächelte, spürte sie Malfoys Blick auf sich. Sie schaute zu ihm und konnte einen komischen Gesichtsausdruck betrachten. Es dauerte einen Moment, bis sie glaubte, ihn gedeutet zu haben. Aber dann hatte er sie schon wieder von ihr abgewandt. Verwirrt blinzelte sie. War er wirklich eifersüchtig? Das ist ja wirklich abgefahren! Wurmelte Ginny und kam jetzt näher zu Hermine. Sie setzte sich neben Hermine und schaute zu ihrem eigentlichen Körper. Aber jetzt wird mir einiges klar. Es hätte mir wirklich schon eher auffallen sollen, aber ich dachte wirklich, du hättest dich verliebt. Sagte sie dann und lachte. Hermine konnte nicht anders, als in das Lachen mit einzusteigen. Es war wirklich befreiend, dass ihre beste Freundin nun auch Bescheid wusste. Auch wenn es nichts an dem eigentlichen Problem löste. Dann fielen ihr wieder Harry und Ron ein. Sabini, du musst sofort Harry und Ron schreiben. Die beiden wollten sich eigentlich heute noch mit mir in Hogsmeade treffen. Meinte sie zu ihm. Malfoy kramte Pergament und Feder aus seiner Tasche und legte es auf den Tisch. Komm Blaze, schreib einfach das, was sie diktiert. Ich habe wirklich keine Lust, die beiden Vollschottel zu sehen, sagte er. Hermine kommentierte seine Beleidigung gegenüber ihren Freunden nicht. Auch wenn sie leicht enttäuscht von ihm war. Stattdessen diktierte sie Sabini den kurzen Brief, welchen er gleich zur Eulerei bringen würde. Ginny entschied sich mit ihm zu gehen. Sie wollte ihm, so gut es ging, helfen, damit er nicht auffiel. Etwas, was Hermine mehr als nur beruhigte. Während sie beobachtete, wie Sabini und Ginny die Bibliothek wieder verließen, hatte sie das erste Mal das Gefühl, dass alles ohne große Probleme wieder normal werden könnte. Also, wir sollten in den Gemeinschaftsraum. In gut einer Stunde haben wir Quidditch-Training. Ich freue mich auf deine, wie hast du es genannt, glänzende Vorstellung. Malfoy musste immer alles kaputt machen. Äh, äh. Vielen Dank.